herzlich willkommen zurück zum weiteren youtube kanal auf unserem kanal sofort und gleich johann wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann drückt gerne auf abonnieren direkt dann neben das klöckchen aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue benachrichtigung wenn wir ein neues video laden dann zudem könnt ihr gerne mal ein leiter lassen dann würde ich sagen viel spaß mit dem video die glock so leute wie haben wir wieder chest free boxes zu öffnen ja schauen rauskommt letzte aber mir war nur schwachste drin also schon beide boxen ja dann wünsche ich mal sagen dass jeder da ja meine picture muss ich abgrenzt geht schon das und dann schauen wir mal also ich würde meinen commander ganz nach hinten stellen ganz nach hinten stellen was auch am meisten sind ja und dann die normale klassische aufstellung wieder die picture in der raketen links und dann auf geht's ich werde jetzt den commander nicht benutzen so die sollen jetzt hier schön oh mein gott der commander hat jetzt schon schaden kassiert rush ich muss sofort die links benutzen komm auf geht's mach das ding down jawohl ja jetzt ist mein commander auch schon wieder tot nein tod nicht aber out of order das heißt ich kann wieder erst in der viertelstunde oder so ich habe ich habe es falsch gemacht also ich komme damit noch nicht so wirklich zurecht wann ich am besten den heiler jetzt ist er bei 13 prozent das dort wieder eine halbe ewigkeit also da komme ich noch nie so ganz klar mit meiner ist voll ich habe den erzeugten zeitpunkt geheilt und jetzt ist er wieder voll ja dann hast du es gut gemacht im gegensatz zu mir ja besser als ich auf jeden fall und die pitcherin will ich auch noch ein bisschen nach hinten und mein commander lebt ja das ist schön für dich ich hoffe ich auch geht da nicht mehr aber gleich war ich mach mal das ding da da kommt auf und jetzt so mein gott den ganzen alten alter heute die ganzen sachen stehen oh mein gott da hat er noch hinter der hütte hat er noch eine pitcherin gehabt holy du hast ja gar keine commande ich habe keinen commande mehr das ist absolut korrekt das ist dir sehr sehr gut aufgefallen oder 16 minuten dauert das das ist schon ganz schön sie so das hier bringt schon ganz schön also jetzt bei dir auch total also null prozent ja das ist schön toll ja das denke ich mir auch ich kann kann man da für die ganze folge ja ich auch nicht super gelaufen so jetzt nun mal den rest hier auseinander junge 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 das kann ich euch ernst sein das kann ich euch ernst sein oh mein gott nur einen einzigen sternen habe ich bekommen ein 23 gold dadurch dass das jetzt 10 gold kostet ist das natürlich auch echt heftig schwer das zusammen zu bekommen also ja ich weiß noch zum beispiel 978 gold wie hast du so viel habe ich noch nicht mal echt nicht das noch mehr das soll mittag nicht mehr doch dort sind mit der tausend irgendwas oh mein gott jetzt kommt auch noch das mit hinzu akku 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 viel spaß ich wünsche viel passend am akku oh mein gott und wie positionieren die denn das ich will meine epic box wieder ist das nur eine einzige ist das nervig das ist jetzt nicht aber kommt aber da bringt mir nur 444 ohne commander klinger beide nicht auf die erhebische gefühlt doch doch aber aber das bringt halt hier kann man ganz kurz bei den ersten heraus weil ich habe das vergessen muss das gut ist das kann man hier schnell machen mitteilungen aus ja bitte sie sind aus okay und jetzt können wir die spielaufnahme wieder rein machen jetzt ich habe bis jetzt nur eine einzige tor glaube ich geöffnet das ist scheinbar nichts ich habe eine box jetzt bekommen und sprichst eine epic außerdem an der commande da würde ich das was mir noch eine commande zu kommen ist das wäre ich nicht schön wo die mauern habe ich übersehen warum die mauer die ja dadurch keine termine für komplett aus aus so ist es deren ernst aber gut dann greifen wir die hat man suchen wollen das ist ein guter tank halt der laser ist mega ja die hat noch irgendwo eine bombe platziert weil ich schon quasi kann nichts mehr steht es kommt trotzdem kein 200 macht das ding down oh mein gott nein mein gott wenigstens zwei sterne ja das ist ja irgendwie komisch was dir gemacht hat aber ich vermute dass ich hier irgendwas übersehe aber ich würde es merken gleich okay auch ja minen so kommen wir da unten noch die oh mein gott wie viele nein 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 ihr werdet die ganze zeit von der seite beschossen jetzt nimmt da unten dieses blöde ding down hey das kann ich euch ernst sein ihr seid nicht so dumm 42 wenigstens 42 gold nächste box eine common box okay tag noch zehn minuten würde das dauern bis dann ist der commande nach 16 das ist unfassbar okay let's go so jetzt nimmt euch doch einfach mal das ding da oben vor bevor das euch vernichtet oh mein gott ja sehr schön sehr gut so wieder drei sterne ich habe kein gold dafür bekommen das war jetzt nicht gut 50 gold für die truhe ein key habe ich noch wie viele keys hast du noch nur du hast gar so gibt es hier irgendwas so und da gibt es nichts zu holen hier gibt es auch nichts zu holen ja schon genug aber es kostet jedes mal zehn guck mal wird jetzt mache ich schon verlust das sind 15 jetzt auch schon 30 gold bezahlt wie der 15 mit zwischen archen okay die muss ich jetzt an die ich habe noch ein key die muss ich jetzt angreifen da geht überhaupt kein weg dran vorbei dann ja alles mein letzter hast du hast dann eben noch was ist mein letzter muss du bist du hast gerade ist eine kultur ein trug oder zwei oh mein gott machen wir diese seine ding down weil auch mein gott wie spiel der wie spieler das war ein verlust das war ein verlust geschäft nein mir fehlen noch vier sterne das waren verlust ich habe jetzt so schlechte dinge zur auswahl bekommen mega schlecht ich habe jetzt habe ich wirklich drauf gelegt oh mein gott da auch wieder nichts es kann doch nicht sein jetzt hat nicht ums gold mir geht es einfach darum die tun 15 gold was hatten wir hier da hat nur die zwei sachen zwischen der art hier mit sicherheit minen ohne ende oder sowas war sonst das mal gibt es keinen sinn was der junge dann macht okay man sogar im start da ist dann dass wir schon mal zusammen was man er bitte 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 kommen box ich bin ich meine meine ich brauche nur noch einen stern danach und ich mache trotzdem weiter damit möchte wieder ein bisschen von dem fern ach gv was los mit dir ich will ich mich so schlecht weißt du man kämpft und man macht trotzdem verlust das ist nicht schön das ist nicht normal ich will ja nicht gold drauflegen ist wo das gut aber das sind das könnte unter umständen kritisch werden ich werde es trotzdem probieren greife ich ich greife ich am besten ich greife am besten bei dem da oben erstmal und dann schauen wir mal was wir rausholen können so wie trofene hast du wie viel stände weiß ich jetzt kann ich so schießen lassen 4 97 ok der gleiche übrigens aufs grüß mir gesagt erreicht silberform ich versuche es werde es versuchen er wettet mein gott was machen die 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 weil es vielleicht gar nicht nur so schlecht wenn die von hinten jetzt macht das ding da und wo jetzt sehr total verwirrt aber es wird nicht reichen kommt macht das eine ding es wird nicht reichen nein aber wenigstens 40 40 gold habe ich geholt dadurch und habe meine nächste box ist es noch mal 92 eine canon blamber wenn man der hotshot so ok ja ich würde sagen wir haben 20 trofäen unterschied was ja dann muss ich ja schnell noch eins machen ja jetzt bin ich schon dabei und wir unser letztes match das müsste eigentlich ganz gut funktionieren ich glaube das könnten noch mal drei sterne werden das war jetzt scheiße das war jetzt scheiße wegen der augenstern wegen den fünf prozent hat er mir jetzt trotzdem das healing gesetzt oh mein gott ich krieg den ja trotzdem wahrscheinlich dass ich mache noch ein kapital mann du darfst keine warum 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 denn nur weil du nun sterne ich glaube jetzt geht's los hier nehmen wir machen keine hallo das ist ein betrug das ist ein betrug